Das kommt bestimmt gleich Hundis. Kontrollpunkt. Ich bin ja überhaupt nicht das Shooter-Girl, ne? Visiert ihr die Geltung auch anders, wenn nicht? Ich bin ja überhaupt nicht so... Ist eigentlich überhaupt nicht meins, so rumballern. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich glaube, es liegt sich mit der Zeit. Huch! Nein! Hui! Ach ja, Leertaste, Entschuldigung. Diese Frau, ich liebe sie. Fan-Service. Ich denke mal, ich muss da rum. Wo komm ich denn hin? Da ging es ja auch weiter. Da oben ist auch noch was. Ah! Oder geht es hier weiter? Geht es da weiter oder geht es hier weiter? Auf jeden Fall ein Kontrollpunkt. Da oben ist auch noch mal so ein Vorsprung zum Klettern, aber da komm ich so nicht hin. Ich bin überall lang. Ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob Tomb Raider linear genug ist. Ah, da oben geht es ja auch noch mal lang. Oder ob ich da auch noch nicht hinkomme oder... Ich weiß es nicht. Weil es gibt Secrets, das weiß ich. Ach guck mal, da hinten leuchtet schon was. Das ist mir im Gedächtnis geblieben. Wie in jedem Tomb Raider gibt es natürlich... Nein! Au! Scheiße! Ich vergaß. Es gibt ja Fallschaden. Kacke, Mann! Erstmal ist die Hälfte des Lebens verloren. Ich glaube, es hackt. Scheiße, Mann. Haben wir ein Inventar? Inventar? Ä Hm. Inventar, Hab ich... Hab ich nichts zum Verbänd... Öa??? Das ist aber sicher, dass die Kruegel gerade. Als ich noch meine Likett hab.. Was? Hallo? Hach! Oh nee. Wo? Allihop! Nein! Doch, ich hab zwei kleine Medikits. Reaktivier ich die denn bitte? Das wurde mir noch nicht gesagt. Wieso komme ich da nicht hin? Scheiße, das war am Eingang ne? Obwohl es ein Kontrollpunkt... Warte, komm, wie lässt... Ich lasse es drauf ankommen. Ich lasse sterben. Ja, mit genug Schwung brauchst du sich gar nicht festhalten. Und? Nein! Au. Sieht bequem aus. Tadaa, da sind wir. Warum komm ich da nicht hin? Ich will da hin. Na komm, ich will mal vorankommen. Ich nehme gerne Secrets mit, aber wenn ich das jetzt hier... Na ja, wird mir noch unterstätigt, würde das Let's Play unnötig in die Länge ziehen. Das will ich natürlich nicht auf mich sitzen lassen. Aber den Move will ich echt mal in echt sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand kann. Siehste, da sind sie schon. Fledermäuse, die mich attackieren wollen. Was? Ich soll L drücken oder nur die linke Maustassen? Die habe ich schon ausgewählt, ja. Was war das denn? Was war mit den Fledermäusen los? Was ist das für Musik? Mach mir keine Angst. Ich bin noch... Wie gesagt, ich bin noch ein kleiner Schisser, weil ich... Um die Ecke gucken. Weil ich, wie gesagt, keine Shooter-Erfahrung habe und solche Spiele normalerweise nicht spiele. Drücken sie, ähm, um Gegner ans Visier. Und halten sie richtig. Okay. Boah, geiler Move. Kommt noch was? Noo! Ah ja, ich erinnere mich. Ah, warum komm ich denn nicht hoch? Hier ist noch... Ah, ein großes Medikit. Drücken sie ihn. Yay! Nice! Noch was? Was los? Ja, es wird... Noch wer ohne Fahrkarte? Haben sie den Gegner anvisiert, drücken sie die Ziel-Taste. Was? Hä? Die Ziel-Tasten. Noch irgendjemand? Kann ich mal klettern. Ah! Nein! Puh! Ich bin dafür präsentiert. Ich hab da... Ich kann das gut. Ich muss während des Rutschens das Ding... ne? Tönen! 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 Einfach weil ich's kann. Einfach weil ich's kann. Oh Gott. Tönen! Ich hab's geschockt. Oh Gott. Halten sie E. Nein! Oh, E! Ich kann mich nicht richtig umgucken. Das stört nicht. Siehste, da ist nochmal so ein Secret. Drücken sie Umschalt und genau den Hinweis hätte ich mal gebraucht. Für den Schalter da hinten. Schön, jetzt hab ich den Spielstand überschritten. Komm ich da nochmal hin? Oh, wahrscheinlich. Achso, er... Wo komm ich denn da jetzt hin? Kann ich Q drücken? Eieieieie! Oh Gott. Ich hab's geschockt. Ich hab's geschockt. Ich hab's geschockt. Ich hab's geschockt. Das hatt ich da hinten schon gefunden, aber ich bin gestorben. Ich hab's geschockt. Ähm, wie komm ich hier jetzt sanft drüber runter? Was ist da unten mehr? Wartet da unten jemand auf mich? Noch nicht. Da geht's ja auch nochmal lang. Ist hier nochmal ein Haken oder was? Nein! Au! Warum den sanften Weg? Wenn's auch schmerzhaft geht. Noch jemand? Solang es nur Fledermäuse sind. Ähm... Ne, nicht mal ein Glitch. Nein, jetzt hab ich mich festgebackt. Scheiße! Boah, alles gefixt. Gar kein Problem. Komm. Es ist gar kein Bug. Das ist ein Feature. Muss ich jetzt echt den Spielstand neu laden? Oder wir warten einfach, bis sie sich festge... ...losgebackt hat, aber... Es sieht nicht so aus, als wenn das etwas bringen würde. Och man, Lara. Warum? Warum tust du mir das an? Nein! Wir müssen neu starten. Verdammte Hacke. Scheiße. Schön. Nochmal das Ganze. Oder haben wir das da hinten schon? So aus erzählt sich das schon. Aber wir sind jetzt wieder hier drüben. Wir wissen jetzt, was wir machen müssen. Am Schalter. Komm ich da hin? Ja, müsste ich ja, ne? Und weh, ich krieg nicht irgendwas besonderes dafür. Hier sind ja auch keine neuen Gegner gespawnt oder sonstiges. Weiß ich aber nicht. Oder macht ihnen das nur die Falle aus? Dann wäre ich ein bisschen enttäuscht. Das reicht nicht schon. Rum. Dann rum. Dann springen. Nicht... Noch eins höher. Hoch. Rum. Nochmal hoch. Und dann springen. Und dann rum. Und dann runter. Ja, jetzt kannst du nicht wieder los. Macht tatsächlich nur die Dinger aus. Oder können wir uns jetzt hier irgendeinen besonderen Hut holen? Können wir jetzt hier in Ruhe umgucken und sehen, dass da irgendwo ein Loch ist, wo man reingrabbeln kann? Oder da? So? Nix? Nein! Was ist das denn für ein epischer Blickwinkel? Ich zeig dir, wo es lang geht. Ding. Was weiß ich, schlag neu. Dafür! Dafür! Oh scheiße, das war ja... Oh Gott. Halt nicht, was ich konnte. Ja, ich glaub das Artefakt haben wir trotzdem schon. Was ist das?